...durch die Spiegel. Schleichen wir uns heute Nacht raus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke für die Rosen. Rosabelle. Super. Oh. Dieser Spiegel scheint ungewöhnlich zu sein. Sawyer, kannst du bitte einmal auf ihn schießen? Geil. Okay, dann müssen wir was switchen. Ähm. Interessant. Hä, what the fuck? Was ist denn da unten los? Ja. Kickelsteuerung oder was? Aber wahrscheinlich muss ich auf das... Hm, nee. Warum muss das hin? Sieh nur, das Portal bewegt sich. What? Ah, nein, nein. Nicht mich! Kollege, ich mach mal den, das Ding... Ey, HALT! Loll. Das sieht nicht gesund aus. Kannst du das Portal auch drehen? Nee, ne? Nee. Okay. Links, rechts, oben, unten, sonst was. Ähm. Okay, können wir irgendwas befeuern, was Sinn macht. Kann ich durchs Portal? Boah. Ah, boah. Ich bewege mal. Hm. Okay. Ähm. Mach das Tor mal so, dass ich da cool reinschießen kann. Vielleicht muss ich das Medaillon dazustellen. Okay. Ich hab den Schalter getroffen, oder? Och, nee. Ah. Okay. Wir brauchen die Kugel. Oh. Warum hat das Feuer jetzt nicht geklappt? Überlass das einfach dem Zauberer mit der Magie und so. Hm. Puh. Oh. Mach mal die Spinne kaputt. Nice. Geht drauf. Ach, willst du wieder in Blubberblasen baden? Sag doch, Hexen würden Babys fressen. Ein Glück, dass du kein Baby bist. Keine Bange. Ich werde dich beschützen, Amadeus. Nein, das ist meine Blubberblase. Ach, du Kacke. Vielleicht porte ich dich ja gleich, weil ich bin schon ziemlich weit jetzt gekommen. Aber ich wüsste nicht, wie man das da so schaffen sollte. Okay, dann belebe ich dich einfach wieder. Ich geh mal nach unten. Ach du. Ah, neue Schwiegel. So, wie hier beim Portal, oder was? Kann man da reinpusten? Egal. Ähm. Oh. Ha. Oder warte, ich kann da ja einfach eine Planke machen. Ja, jetzt ist die Planke ein bisschen weit oben. Oh, shit. So, oh, perfekt. Es wirkt aber sehr provisorisch, ob das so vorgesehen ist. Nein, es ist nicht. Aber es funktioniert. Das ist das Einzige, was zählt. Brauchst du jetzt noch eine Planke? Wellenhafte Ritter will auch rüber. Ähm. Das heißt, du brauchst eine Planke, wa? Ja. Konntest du die vorhin nicht in größere Ausführungen machen? Guck, das geht doch. Guckst du da rauf? Okay, der Heldenhafte Ritter kommt halt nicht mit. Oh, shit. Wäre der Heldenhafte Ritter doch mal lieber mitgekommen. Oh, 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 da ist er ja. Ja. Shit, wo ist denn hier das Ding zum... Alter, das sind ja ganzer Maniak. Wo ist denn hier der... Aua, schalte. Ups. Hast du alle Kisten kaputt gemacht? Ist hier irgendwo ein Schalter? Oh, ich sehe keinen. Irgendwie müssen wir das Ding... Achso. Na gut, das ist was für ein Magier. Ah, gut, dann mache ich es halt auf die einfache Tour. Ja, aber das Seil schieße ich das eben durch. Machen wir halt jetzt nur noch Let's Play zu zweit. Nur noch der Shimoto... Ah, heiss! Ich. Okay, da muss ich... Anstatt zu warten. Nein. Warten ist keine Option. Ach, du Kacke. Okay, cool. Ich sehe schon. Essel erhitzen. Weg da. Ach, die Hölle. Sie brennt auf mich ein. Na gut. Machen wir es so. Oh, shit. Oh, geil doch. Block. Brauchst du eine Planke? Hm. Zu spät. Oh, shit. Oh, oh. Ach ja, dann warten wir eine Runde. Bis sich eine neue Blubberblase macht. Aha. So. Oh, da oben sind Spikes. Da wüsste ich was. Das sieht trotzdem jetzt nicht ungefährlich aus. Easy. Voll gemacht. Ja gut, da braucht man wohl mehrere Leute für. Ach was, du machst das schon zwar allein. Ich bring mich einfach um, weil das hat keinen Sinn. Da muss man mindestens zu zweit sein. Am letzten Checkpoint. Och, das ist ja easy. Lol, wie die Flammen bis hier rüber kommen. Alter, wer baut solche Flammen in seinem Haus? Oh, Mann. Die Echse hat sie nicht mehr alle. Nice. Bleibt ja so. Habtest du was von zu zweit? Ja, zu zweit wäre cool. Schaffst du es? Ähm. Der Totenkopf da oben heißt, dass ich es wohl nicht geschafft habe. Laul, wie wirst du denn gestorben? Ähm. Ich hab mich statt des Kessels erhitzen lassen. Alter. War das knapp oder war das knapp? Also ich würde... Sag mal, du hast null Leben. Ja. Alter. Sag doch, das war knapp. Fall bloß nicht da runter. Fall mal runter. Schau. Warte. Okay. Das ist wirklich der Punkt. Das gibt einen Level ab. Naja. Da er nicht da ist, überspringen wir ihn. Und du kannst entweder... Sturmhammer werfen... Oder einen sparen und äh... Äh, sag doch, dass du stirbst. Hä? Das wusste ich doch nicht. Ich bin doch gerade bei den Skills machen. Ja, weh. Mann, kann man nicht mal in Ruhe Skills machen? Kümmer dich mal um die... Ja, ja. Ich beschütze dich ja. Also, du kannst entweder für... Jetzt Sturmhammer werfen oder du sparst... Noch einen auf Feuerschwert oder noch einen auf Anstürmer. Aber du wolltest ja das Feuerschwert, wa? Ja. Gut. Dann kümmere ich mich um ihn. Oh, ich... Ich schubse ihn in die Grotte. Und das gibt kein Achievement? Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. Ich möchte da hoch. Ah, Magob denn. Alter, da unten ist ne Perle. In der Schlucht. Ja, aber da kommst du wahrscheinlich nur mit der Ollen da ran, oder? Das ist doch nur ein Erfahrungsding. Da ist mal hart drauf geschissen. Na, kommt man mit dir nicht hin. Ein Goblin-Man! Was machst du da? Ich werd getötet! Weil du hier irgendwie einen Scheiß machst. Guck! Von ihm! Oh, du kannst das kaputt machen. Puh, shit. War knapp. Gibt's da weiter? Nein. Das ist ein ziemlich großer Baum, möchte ich sagen. Oh, oh? Oh, oh. Größer kann man ein Baumhaus auch nicht bauen. Nee. Da muss man noch ein bisschen. Ich denke... Geht das schon? Nee. Ja, geht. Na, für dich vielleicht. Fuck. Dann mach ich noch ne zweite. Timing beim Sprengen ist richtig riesig. Ach, die Dinger gehen auch so runter. Jo. Nur das erste nicht. Mach du ruhig zuerst. Aber es ist schon zu spät. Wenn man das dann schaffen... Rechtsseite springt, sehe ich. Oh. Den kann ich nicht mehr ablocken. Ich guck mal, was da unten ist. Oh. Da möchtest du nicht landen. Aber... Ich mach uns da schon mal Kisten rein. Bin drüben. Oh, nice. Oh, wow. Und, äh, wahrscheinlich... Ne, ich leb noch. Wow. So. Da ist aber noch ein Erfahrungsding. Okay. Oh, fuck.